Mit der Disziplin könnte es besser sein, muss man ganz klar sagen. Die Leistung selber und das Ergebnis lässt in der neuen Runde, wir sind ja aufgestiegen, lässt hoffen, dass wir uns auch dort gut durchsetzen können. Also die Erwartung war, dass wir zusammenhalten, ganz wichtig für uns, dass wir auch, wenn wir verlieren oder gewinnen, hauptsache als Mannschaft agieren und das haben wir heute geschafft. Die Abwehr war heute stark, finde ich, dadurch hatten wir nicht so viele Chancen und wir haben halt unsere Chancen ausgenutzt, starke Spieler, Stürme, auch sehr schnelle, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von unserer Mannschaft auf jeden Fall. Ja, wir wollen natürlich wieder Meister werden, ganz klar, gucken nach vorne auf jeden Fall. Für uns ist es wichtig, dass wir uns in der höheren Klasse etablieren und mal schauen, was machbar ist in der neuen Saison. Der eine oder andere hat heute noch gefehlt, könnte dazu beitragen, dass wir zumindest einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das ist unser Ziel und die Mannschaft selber ist zusammengeblieben von der letzten Saison in der T-Liga und wir hoffen, dass wir eine ordentliche Saison spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.